Willkommen zurück in Wolfshöhle, dem Familienblock der VRM. Zweieinhalb Wochen Stubenarrest haben wir jetzt hinter uns und die Kleinstfamilie, Vater und Sohn, hat soweit ganz gut überstanden. Ich merke, dass es vor allen Dingen eine tägliche Übung und bleibt eine Übung im Balance halten. Zwischen einem festen Tagesplan, den man sich macht, und spontanen Ideen, die zwischendurch kommen, zwischen Ordnung und Improvisation, zwischen Online sein und Offline gehen. Letzteres auch immer eine ganz gute Idee und eine gute Übung. Die Ferienzeit, die jetzt kommt, wird sicherlich einiges zusätzlich entspannen, vor allen Dingen in den Familien, in denen sich die Eltern auch ein paar Tage freinehmen können. Bei uns ist das zum Glück der Fall. Da freue ich mich auch schon ziemlich drauf. Aber bei aller Freude am familiären Zusammensein sollten wir die Leute in der Nachbarschaft nicht vergessen. Also nicht nur die Leute, die vielleicht eure Hilfe brauchen könnten, ältere Menschen und andere, sondern auch die Menschen in den Läden um euch drum, die seit Jahren gute Dienste für uns leisten. Und nicht alle haben komplett zu. Viele haben ziemlich kreative Angebote, wie ihr vielleicht inzwischen mitbekommen habt. Und ja, so sehr ich es liebe, beispielsweise zu Hause zu kochen, am liebsten an jedem Tag was Frisches, ist es auch wichtig, mal zu gucken, welche Läden Ihnen, die man sonst geht, haben vielleicht auch was Interessantes zu bieten. Also Max und ich haben für morgen Abend ganz fest verabredet, zum Start der Ferien mal in dem Burgerladen unseres Vertrauens eine Runde zu bestellen mit den Sweet Potato Fries, die wir so lieben. Einmal im Monat sind wir sonst sowieso immer da. Und warum nicht auch in diesen Zeiten. Und so gibt es viele, denen die gute Angebote machen. Der Buchladen hier um die Ecke hat vom ersten Tag der Kontaktsperre an einen Lieferdienst eingerichtet. Also man kann weiterhin bestellen per Mail, Telefon, online und so. Kann die Bücher auch abholen. Das ist auch ganz clever geregelt. Aber die bringen die auch zur Not frei Haus nach Hause. Und das ist ein ziemlich cooles Angebot und funktioniert prima. Ja, da gibt es vieles, was wir vielleicht auch nicht unbedingt beim globalen Versandhandel bestellen müssen, sondern, wo wir mal gucken können, ist es auch weiterhin im Laden hier um die Ecke zu haben. Jo, und das war es für diesen Blog. Das war es aus Wolfshöhle. Ab nächster Woche übernimmt die Kollegin Kerstin Petry mit einem neuen Blog hier auf Echo Online und auf der VAM Website unter dem Motto Kruschel und die Monster-Mammis. Das klingt auch ziemlich spannend und nach einer anderen Art von Familie. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ja, ansonsten erspare ich mir die übliche Grußformel, die jetzt alle schon auswendig können. Und sage nur, kommt gut durch die nächste Zeit. So, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.